Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, schönen guten Abend. Wer seid ihr? Wir sind die Bello-Sisters. Die schönen Schwestern, ja? Wir heißen Bello zu Nachname und wir sind Schwestern. Das heißt, Bello-Sisters. Wie alt seid ihr? Ich bin 22. Ich bin 19. Und ich bin 14. Wow. Mit 14 ist aber groß. Wo kommt ihr her? Wo wohnt ihr in Deutschland? In der Nähe von Hamburg. Wo denn? Lüneburg. Habt ihr noch einen Beruf? Macht ihr das jetzt hauptberuflich oder was macht ihr sonst? Wir sind Zirkusartisten. Wie alt wart ihr, als ihr damit angefangen habt? Sechs Jahre alt. Kommt dann Papa und sagt, ihr müsst jetzt üben oder wie geht das? Nein, also das ist wirklich so, man wächst auf und die Eltern stehen einfach auf der Bühne und man sitzt im Publikum und man sieht, dass sie die Leute erstaunen und dann möchte man es dann, das möchte man irgendwie, das kommt von alleine. Aber im Moment ist nichts mit Zirkus und so. Nein, leider nicht. Und seit die Corona-Pandemie haben wir leider keinen Job. Ich kann das nur nachempfinden, weil ich bin im März das letzte Mal aufgetreten. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste jetzt, es ist ja Monate her, auftreten. Seid ihr jetzt besonders aufgeregt heute das erste Mal wieder? Ja. Ja. Okay, also wir haben alle total Bock das zu sehen. Dankeschön. 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 Ich weiß gar nicht, in welcher Position ich am wenigsten gerne wäre. Dankeschön. 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 Dankeschön.